so servus leute herzlich willkommen zu einem neuen gameplay bei mir im kanal wir spielen heute auf der map grind das ist eine map aus dem neuen map pack und zwar mit dem namen revolution ja das game ist am ersten abend entstanden ich will nicht sagen eins der ersten ich glaube sogar das dritte spiel war das wir haben den moshpit modus gesucht also hier bisschen mixmux mischmux und sind dann bei suche und zerstören auf grind rausgekommen ja chris hat es gestern sehr schön gesagt als wir hier auch gespielt haben hat er gesagt entweder was von snipern weggeratzt die ganze zeit oder du willst die ganze zeit irgendwie ein skateboard suchen und denkst tony hawk wo bist du ja ich glaube tony hawk wäre hier auf jeden fall sehr sehr gut aufgehoben auf der karte die karte hat eine angenehme größe muss ich sagen es ist nicht zu groß nicht zu klein ich weiß nicht von der größen einschätzung her ich denke die ist nicht so groß weil sie wirkt nur ein bisschen groß dadurch dass wir sehr viele objekte auf der karte haben das heißt ihr habt viele half pipes ihr habt viele möglichkeiten euch zu verschanzen in so full pipes also in so rohren innen und die problematik ist einfach auf der karte man hat nicht so die möglichkeit gut in deckung zu gehen weil ihr seht jetzt zum beispiel hier am spawn wenn ich jetzt auf diese auf die bombe zuläuft da zum beispiel die objekte sind alle sehr abgerundet ist ja klar ist ein skatepark da hat man eher abgerundete objekte statt eher eckigen objekten und das ist eigentlich das was so einen skatepark auszeichnet und ich verrecke jetzt hier am anfang zweimal an der gleichen stelle ich glaube ihr könnt euch gar nicht vorstellen wie nervig das ist wenn man zweimal hintereinander an der gleichen stelle stirbt man hat ja irgendwo so vor bei den neuen maps immer seine routen zu finden und ich denke das geht eigentlich ganz gut in suchen und zerstören da merkt man sich dann schon eher wie man gelaufen ist wo man eher abgefangen wurde und ich denke da ist es auch hingehend wichtig dass ihr einfach übt ich weiß nicht wenn ihr sag ich mal ein kd spieler seid ganz ehrlich ich bin jemand ich sag naja kd okay ist schon ganz wichtig aber muss jetzt nicht unbedingt sein dann würde ich natürlich raten spielt erstmal gegen bots und versucht laufwege zu finden versucht euch die maps einzuprägen versucht spots zu finden die euch taugen und dann habt ihr auch wirklich die möglichkeit dementsprechend auch das zu einem ja ich will nicht sagen zu einem besseren zu wenden aber wie gesagt map kenntnis ist definitiv eins der großen faktoren die rein spielt wenn man versucht das spiel besser zu machen oder im spiel besser zu werden so sorry ja ihr müsst euch halt in der in dem sinne vorstellen ihr kommt neu auf eine karte und wisst nicht was ihr machen sollt ihr müsst euch halt einfach so vorstellen wie im echten leben ihr kommt in eine fremde stadt und wisst nicht was sache ist ihr habt zwar einen stadtplan aber ihr wisst dann trotzdem nicht wo man hingehen muss und wie und was und wo ja so könnt ihr es ungefähr mit neuen karten vergleichen und ich mache es halt einmal so ich spiel mal naja ein zwei wochen spiele ich die karten ein und kann dann erst sagen wie sie mir gefallen deswegen ist dieses video heute nur so ein naja ich will nicht sagen la la video aber wie gesagt ich kann meine meinung noch nicht über die neuen karten abgeben mir gefallen sie ganz gut bis jetzt es ist eine schneekarte dabei also ich denke da kann man nicht viel dagegen sagen von dem her denke ich ist es ganz ganz gut wenn man so ein bisschen abwechslung mit drin hat ich denke das ist ganz wichtig weil abwechslung gehört ja irgendwo auch dazu und für mich persönlich war es halt einfach ganz wichtig dass man sagt so eine gewisse abwechslung sollte man auch in spiel reinkommen ich finde die karten wirklich nicht schlecht und vor allem wenn man jetzt mal überlegt ihr zahlt knapp 15 euro glaube ich für 1200 microsoft points je nachdem wo er die bestellt das ist eben eine gut investiert ein gut investiertes geld diesmal weil ich ganz ehrlich sagen muss ein dlc ist halt immer so die frage rentiert sich rentiert sich nicht und alleine die zombie karte die neue waffe das sind schon sachen wo ich sage das hat sich wirklich mal rentiert da ist coole features dabei der zombie modus mit dem mit dem neuen modus also das werde ich euch auch noch mal zeigen aber für mich hat sich rentiert zu kaufen und ja dann sage ich wir uns beim nächsten mal bis dann servus